Habt ihr schon von KI gehört? Überall steht ja heute KI drauf. Sogar mein Smartphone soll KI können. Steckt da nicht häufig Fake-KI dahinter? Ich werde euch jetzt mal erklären, wie man Fake-KI von richtiger KI unterscheidet und ob KI überhaupt all diese Versprechungen einlösen kann. Fachwissen zu künstlicher Intelligenz, High-Performance-Computing und Cloud. Was ist eine echte KI und was nicht? Wenn man sagen kann, wenn ich heute eine Software installiere und mir die in drei Jahren angucke, kann ich heute schon sagen, wie die Entscheidungen in drei Jahren von dieser Software getroffen werden. Weil dann hat sie offenbar nichts dazugelernt. Dann wird sie regelbasiert funktionieren. Regelbasierte Software ist klassischerweise nicht KI. Künstliche Intelligenz ist dadurch gekennzeichnet, dass sie dazulernt, dass es eine Evolution gibt. Aber wir sehen häufig halt auch einen Mix von traditioneller, regelbasierter und KI-Technologie. Woran erkennt man eine Fake-KI? Wenn die Einführung in einen spezifischen Bereich eines Unternehmens kein Training des Systems erfordert oder das Training in einem Tag erledigt ist, dann wird, glaube ich, jeder Fachmann extrem misstrauisch werden. Also klassisch ist halt mit den heute existierenden Systemen, Machine Learning, dass die Modelle auch trainiert werden müssen. Das heißt, bei der Einführung eines jeden KI-Systems gibt es am Anfang vor der Belohnung ein bisschen Schmerz. Welche Gefahren drohen beim Einsatz von Fake-KI? Wer Fake-KI einsetzt, wird Zeit und Geld verschwenden und keinen Nutzen daraus ziehen. Warum ist das überhaupt wichtig für Unternehmen? Wir sehen bei KI vermutlich das erste Mal eine neue Technologie, die klar messbar sowohl Qualitätsverbesserungen bringt, als auch Einsparungen erzielt. Was also, welchen Mehrwert bringt eine echte KI? Das sieht man ganz drastisch zum Beispiel im Bereich Customer Support mit Chatbot-Lösungen, wo die Bewertung des Service sich verbessert, wo die Anzahl der Anfragen reduziert wird, wo die Antwortzeit sich verbessert und sich zeitgleich natürlich trotzdem massiv Einsparungen realisieren lassen. Und KI kann sehr häufig auch Dinge lösen, die einfach schwerlich mit anderen Systemen machbar sind. Also ein populäres Beispiel ist sicherlich die Bilderkennung, die Personenerkennung. Das sind Probleme, die sind für Menschen lösbar. Das sind Probleme, die sind mit traditioneller Software schwerlich lösbar. Das sind Probleme, die insbesondere KI sehr gut lösen kann. Ist die Zeit für den Einsatz von KI in Unternehmen denn eigentlich schon reif? Es gibt heute schon Systeme, die sich relativ problemlos einführen lassen und die am Ende einen positiven Effekt auf betriebliche Kennziffern haben. Weitere Infos gibt's auch im KI-White Paper. Kostenlos zum Download. Den Link finden Sie unten in der Videobeschreibung. Weitere spannende Details rund um künstliche Intelligenz, High-Performance-Computing und Cloud gibt's auf diesem Kanal. Abonnieren und Glocke klicken. Appetit auf KI? Wenn Sie KI-Projekte im Unternehmen umsetzen möchten, melden Sie sich gerne direkt bei uns. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020